Gehen Sie durch? Okay. Papa! Dann kommt der Kloster. Das hat er schon. Das haben wir uns sehr sehr gut. Das sieht prima aus. Alle dabei? Sehr schön. Und welche Flossen dann zum Übrigen? Das sind die Brustflossen. Brustflossen. Die gibt eine Däbelmattung vorne aus. Oh, wir haben auch noch einen Kopf hoch. Flug hoch, drehen wir den Busch hoch, die Flüge, die Flipper, die Flipper. Hoch auf den Kopf hat er hier nur noch eine Nase. Wenn man beim Wagen und den vielen Blasdok mitieren kann, muss man mit dieser Nase atmen. Grüß Gott. Wow, und dann haben wir das. Grüß Gott, danke. Grüß Gott, danke. Grüß Gott, Herr Poster, das ist die zwei. Daisy hat jetzt mein stolzes Gewicht, meine Länge von knapp 2,50 Meter. Und dann kommen die vier Stimmen.